Aber wenn du nicht mehr aufhören kommst, erfahre dich mal, du ist das Leid. Mach hier, mach hier. Over! Ich kann dir für deine Unbezüglichkeit. Krass. Da bin ich wieder, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, was da los war. Niemand entkommt von mir. Kleine Menschen sterben. . . . . . So, da müsste ich wieder sein. Hoffe ich zumindest. Bin ich wieder da? So. 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 la 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 ja das war klar ich weiß nicht was wirklich so eine geile da sind die wieder weg so schlucki ja bin ich jetzt wieder da eigentlich schon wir müssen nur aktualisieren glaube ich ich habe keine ahnung du siehst mich das ist doch mal ein guter mann wenigstens einer der mal was sagt ich habe doch kugel tritt du ficker also schwanz mal das brauche ich nicht noch eher das da ja das natürlich scheiße kann ich so gut stehen wie es geht die ans einmal richtig killen so ein brand ein kleines bisschen mehr oh wow Woh-wah! So, 8 zu 3. Diese kleine Hure, die auch ist, ey. Komm her, du feige Ratte. Danke schön, ich hatte einfach nur eine Route gehabt, tatsächlich. Das war's für mich. Ah, ja, klar, natürlich. Hahaha. Ich mach immer hart. Er konnte mich viel zu lange aufhalten, tatsächlich. Ich habe ein Problem. Ich mache nicht so viel Damage, wie ich sollte. Oh, die haben so einen Yasuo, ey. Das ist ein Cheater, einfach weil es Yasuo ist. Ja. Warum kriegt die denn so einen... warum kriegen jeder ständig so eine scheiße und scheiß schild das kann man nicht normal sein sie lasso wie so charaktere die die muss einfach musste einfach reporten gehören einfach nicht in das spiel rein was ist denn crypto ich hab keine ahnung ich spiel das spiel auf deutsch natürlich der kommt auch kommt auch ultra mega hinter mir her okay ja 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 Ja. ich habe keine haus mit crypto blumen 1 aber okay kann es sein dass der dem soviel dingsbums das ist warum hat er denn so viel energie ist doch scheiße ja kannst du vergessen den krieg ich krieg ich nicht mehr er hat doch ein lebensziel das ist nicht mehr normal also der lebensziel von dem passt einfach nicht dazu es kann doch nicht sein dass ein ap champion einfach lebensziel so viel ich mach mit allem attack mache ich mich einfach mal so viel der könnte ganz gut sein das ist alles schwierig dachte irgendwie so Vielen Dank. Vielen Dank. Nur jungfräuliche Sozialopfer. So. 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 mal gucken. so. 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 so ein hengst in den arsch. so ein geiler damenriss. so. oh. Ich bin ein Tank. Ich mach nur nicht mal Damage. So, ihr Schmanzmaden. Nein. Ich will mich gleich hinlegen, glaube ich. Ich hab so eine trockene Kille, egal wie viel ich trinke. Na kommt schon her, ihr feigen Lappen ey. Da bist du ja. Ich habe so eine trockene Kille. Warum? Fuck. Riot stinkt, weil sie Yasuo eingebracht haben. Und Pyke. Und Echo. Und Kane. Dafür stinken sie alle. Aber kommen sie hoffentlich alle in die Hölle. Ist mir egal. Ich lern dafür trotzdem in die Hölle kommen. Man kann ein Spiel auch verkacken und kaputt machen. Spiel oder nicht, ist egal. Ist genauso, als würdest du pädophile Bilder in der Kunstgalerie stellen und sagen, ja, du musst es ja nicht gar angucken. Das hat sie selbst wehgetan. Oh, geil. Oh, geil. Oh, herrlich. Der kleine Wichser ist gerade so noch geschafft. Er ist eigentlich der Entwickler von Riot. Welche Muschi ist denn dafür verantwortlich, dass sowas wie Yasuo oder so... Ranton Beck und Mark Merrill. Ich kann nur hoffen, dass die niemals Kinder kriegen, ey. Oh, okay. Riot wurde von Branden Beck und Mark Merrill gegründet mit von CEO Dylan Yajeda geleitet. Ich bin nicht colour, aber ich kann nur noch viel Pädagogik sein. Ich bin nicht besagt. 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 So in der Nähe, die Erweger stöhnen kannst du fertig, ich bin nicht besagt. Ich bin nicht besagt. Was ist das? Was ist das? Warum kommt diese Fixer auch noch so weg, ey? Ja, klar. Was ist das? 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 Was für das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich krieg dich. So. Ja, die Oriana hat Geist, also dementsprechend ist die schon schnell. Die Schöpfung. Verlieren. Die Schöpfung. Verlieren. Ich bin mit dem Champion aktuell so ein bisschen überfragt. Aber es sieht fair aus, um ehrlich zu sein. Melee, Melee, Melee. Magie, Magie. Okay, es hält sich trotzdem ganz gut in Grenzen. Ja, klar, wie kann... Das ist doch nicht mehr normal. Ja, was kann ich kommen? Ja, was kann ich kommen? Ja, klar, natürlich. So, das ist ein Cheater. Fertig. Kannst du mir erzählen, was du willst. Ich krieg dich. Aus dem Weg. An. Hümm. An. 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 ich werde wieder nüchtern wir können den zügen gleich beenden das wird langweilig natürlich aber ist ganz genau okay das war irgendwie interessant ja heute schon sagen ich habe doch war box mein freund ja mich jetzt die ganze zeit so krass ignoriert dass ich machen konnte was ich wollte bin jetzt wieder full life ich brauche aber ein bisschen magie resisten sonst hat die origen echt krasses spiel mit mir nee ich spendiere tatsächlich da dazu aber ich müsste eigentlich jetzt ganz gut bedient sein wenn ich das ding habe es gibt mir noch mal 60 magie resistenz da müsste ich eigentlich wäre weil sie alles gut haben ja klar natürlich als gäbe es keine rüstung so 800 brauche ich noch richtig ich bin zwar einigermaßen wach aber ich ja das kannst du vergessen das ist die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist also die Geschichte dieses Hortens, die Geschichte meines glorreichen Todes, Leifheit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In dem Modus, wo ich nicht mehr viel sprechen will, kann, muss, soll. Ja, spiel dich lieber Wichserli. Ja, das ist ja noch. Okay, machen wir noch das Spiel, komm, passt schon, aber knapp zwei Stunden habe ich euch noch geschenkt, obwohl ich heute gar nicht mehr wollte, dann kann ich aber Pipi machen, bevor ich wirklich nach Los Angeles fahre und den Kindern vom CEO Krebsspritze mit dem Wissen hier dafür, dass du ja so gemacht hast und hier noch mal AIDS für Pike dafür, dass sie die Balance fertig macht, kastriert, bam, direkt und er so, tu das lieber mir, nicht meinen Kindern, ich so, ja, ist egal, guck deinen Kindern ans Auge und sag, deine Kreation, deine Inkompetenz, die Leute, die du eingestellt hast, sind dafür verantwortlich, dass dein Kind jetzt geschlechtlos groß wird, kannst ihm jeden Tag Entschuldigung sagen, wenn einem jeden Tag so eine glühende Stricknadel ins Schwanzloch reinraben. Ich bin nie allein, mein Stamm lebt in meinem Herzen und in meinem Speer. Ich bin nie allein, mein Stamm lebt in meinem Herzen und in meinem Speer. Einfach nur deswegen. Aber im Endeffekt habe ich jemanden getroffen. Lalalalalala. Lalalalalala. Fuck. Ich bin immer nieder. Oh, diese Ficker, ey, jetzt verstecken sie sich auch noch wie so kleine feige Franzlappenhände am Minion, ey. Natürlich. Ich bin immer nieder. Hier ist noch nie. Wenn ich dich meine Öl failures ist, werde das einfach nicht jeder Aber wenn du ein синsel GIst, kann ich mir einfach wieder noch nie beadsdu γ despierst. Eine women-inedreine und eineinige Du wirst nicht leiden. Ich will das Spiel, das du weißt. Ich sehe dich. Ja. Es ist meine Aufgabe, meine Rudel zu beschützen. Oh Mann, ey. Warum immer hinter den fucking Minions? Kann doch nicht sein. Hehehe. Äh. Ja, ja, ja. Bin ich zu blöd zum Zählen, oder was? Ey, willst du mich verarschen? So ein verhuter Fick-Minion. So eine kleine Drecksmissgeburt. Die ganze Zeit nichts weiter dabei, außer nur ständig in diese scheiß Sperre zu laufen. Ja, genau. Auf einmal bist du unsterblich. Ey, wir hätten heute echt Mario Kart spielen sollen. Ja, ich hätte auch für 4. Die Eindringlinge nennen mich Königin der Kastasie. Du, was neus? Du wahren Namen. Ben! Dein Triumph über mich wird ein Traum bleiben. Würbe der Visionen! Ich verstehe das halt einfach nicht, ne? Scheiß Dodge-Botter, ey. Mein Instinkt weiß nur den Weg. Ja! Ja! Du, was neus? Ja! Oh, ich hab mal getroffen. Ey, weißt du, mein scheiß Sperr macht so viel Damage, nur diese Wichser, es hat einfach nicht lange gedauert, weißt du, die ersten, die ersten paar Tage, da gab's noch, hat noch Spaß gemacht, weil's keine Dingsbums mehr gab, keine Cheese ist jetzt aber auch schon wieder weg. So, da bist du ja, zurück auf meine Dingsbum, mir noch ein Ziel in die Dingsbum. So, da bist du ja, zurück auf meine Dingsbum. Ich schluck meine Eier nur noch. Das läuft aktuell, okay. Frage ist nur... Meuer genug Damage. Das war nicht so optimal. Das kriegen wir hin. Du wolltest es nicht anders. Wenn die aber tatsächlich gewinnen, weil die, äh, gute Tower, äh, mehr haben. Die können den Tower gut niedermähen. Vor allem die Kyle ist halt echt übermächtig. Außer rein, Zoe wird eh nicht mehr interessanter. Ich hab meinen Rausch fertig. Ich... Let's begin. Was ist hübsch? Waffe in der Hand. Alles in mir. Er ist heftig. Luft auf die herung. Achtung. Waffe in mir. In der heißen Streicher. Stärke, wache in mir. Ich bin ich. Ich habe keine Ahnung, was die alte da labert. Na, Shogart ist natürlich übel, ne? Erwischt! So. 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 Wir gucken mal, ob das passt. Und keine Zeit zu verlieren. Furcht die Sektor! Ja, lauft nur! Ich schütze die Wildnis. Gänzenlose Fantasie! Blute! Der muss sitzen. Hallo Beute. Mia. Probe. Meine Familie tut mir Kraft. Der Dach ist entfesselt. Da bist du. So. Ja, es macht halt alles keinen Sinn, ne? Ja, ist doch sch... Niedersche... Voll scheiße, Mann. Ich werde immer das Junge meiner Mutter sein. Ja. Änderer Flugweg. instant als ob sie es gewusst hätten ja ja genau genau mit deinem deutsche das ich mir nehme bekommst du nie wieder zurück ja das leben ist ein Das lief ganz gut. Ja, klar, natürlich. Ich weiß nicht, ob der Rückzug gerechtfertigt war. Ah, den Inheb hätten wir eher brauchen können. Ja, klar, natürlich. Endlos Fokus, endlos Fokus, klar. Alles Cheater, ey. Der ist auch ein Cheater. Der nicht. Der Restia. Da sollen sie alle im Analherpes sterben. Ja. 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 Gute Nacht. Justin, haust du rein. Gute Nacht. Tuesday, haust du nichts mit allem. Wird doch der Scheiss Cheater. Twich kann doch alles sehen. Das. Es ist meine Aufgabe, meinen Rudel zu beschützen. Es ist meine Aufgabe, meinen Rudel zu beschützen. Ein letzter Punkt im Endeffekt. Ja! Ich bin ein letzter Punkt im Endeffekt. Ich glaube die Frage sind, was ich richtig überlegen soll. Ich bin aus! Ich bin aus! Ich bin aus! Ich bin aus! Hè? Immer aufgeben. Ich werde mit dir jetzt gewinnen. Das ist oft so. Ich finde, du müsstest am Ende noch mal mehr schreiben können. Ich finde, du müsstest am Ende. Ich finde, du müsstest am Ende. Ich bin müde. 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 Ich bin müde.